Nächstes Mal sind ich davor, ey. Ja. Tori, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Erzähl kurz den ersten Satz. Hinten gelegen, dann rangekommen. Ja, das war schön. Wir haben uns rangekämpft. War nicht so gut gestartet auf jeden Fall. Aber dann haben wir unsere Mittel gefunden. Hoffen wir jetzt schon ein paar Mal dieses Wochenende, dass wir am ersten bisschen hinten gelegen haben und dann zurückgekommen sind. Waren wir froh, dass wir hier noch drehen konnten. Und im Regen entsprechend klitschiger Ball. Ja, klar. Aber ich meine, der Ball ist auch auf beiden Seiten glitschig. Und ja, man muss so ein bisschen wissen, der fällt halt ein bisschen mehr runter. Und deswegen gehen manchmal ein bisschen viele Bälle im Aufstieg ins Netz. Aber ja. Ja, Glückwunsch und viel Spaß beim Traumwerden. Tschau.